herzlich willkommen auf ein neues video heute machen wir ein roblox video und mit dabei ist mein guter freund kevin ja leute heute machen wir ein mystery und versprengt den like button für mehr roblox video und ja videos und ja leute wir sehen uns dann wenn wir in der runde drin sind leute ja wie geht's leute ich bin auch in der sand kevin bei uns ist der mörder er leute da ist kevin mit dem blauen oberteil leister bei uns ist der mörder leute sonst ist einfach der blöde mörder hier ist leute ich gehe gerade nach oben der mörder einfach diese frau kämpft da sie hat die waffe ich wurde umgebracht leute ich wollte einfach von diesem mongo umgebracht leute wir gucken dem mongo zu da ist er ja leute aber ich zeige euch auf ihre guck mal wie der alle kenntnis am mongo der wurde abgeschossen leute da wurde abgeschossen über den jammern dancing jammer ehrenscheriff genau leute wir sehen uns in der nächsten runde hieß ok leute was bin ich was bin ich inno set ok leute ich hab hier ein verständ leute und das wird jetzt sehr sehr magisch das war das bei mir weiter der dümmste bumi Wir machen Disrespect Dancen, Disrespekten. Ne Bro, ich disrespekte gerade den Mörder, ich tanze vor seiner Nase. Leute, der Sheriff hat ihn erledigt. Lass kämpfen. Leute, ich hab den Mörder so disrespektet. Leute, wir sehen uns jetzt in der nächsten Runde. Okay, Leute, es fängt die Runde an. Und was bin ich in das Set? Leute, das ist eine neue Map, hat gerade mein Freund gesagt. Und ja, die kenne ich 0,0,0 Prozent. Aber hier kann man ein paar Koma machen. Das ist Kevin. Ja, Mann. Leute, ich disrespekte. Ja, Leute. Ich disrespekte gerade so hart. Das ist Kevin. Ein Geschenk. Yeah, ein bisschen Dancen. Der Mörder. Kevin, der Mörder ist bei mir. Leute, da ist der Mörder. Habt ihr ihn gesehen? Da ist... Hä? Der Hund hat mich einfach... Hä? Wie bin ich gestorben, Leute? Ihr habt es doch selbst gesehen. Der Hund, der war nicht mehr neben mir und hat mich umgebracht. Komm. Leute, Leute. Nein. Leute. Der Mörder hat gewonnen. Nein. Kevin, pass auf. Pass auf. Der ist bei dir. Der ist bei dir. Der ist bei dir. Der ist bei dir. Nimm die Waffe. Nimm die Waffe. Der ist bei dir. Der ist hinter dir. Und tot. Leute. Kevin wurde erwischt von dem Hundemörder. Leute. Guck mal diesen Schimlan. Jun, du musst dich bewegen. Guck mal diesen Camper an, Leute. Also, ja. Wir sehen uns dann einfach in der nächsten Runde, meine Freunde. Leute. Der Mörder hat einfach gewonnen. Ähm, Bro. Dreh dich mal um. Bro. Nein, nein. Der hat nicht gewonnen. 1 vs. 1. Der wäre 1 vs. 1. Leute. Und tot, meine Freunde. Wir sehen uns dann einfach in der nächsten Runde. Oh, Leute. Jetzt hab meine Freunde. Bestes Bild, Leute. Darada. Leute. Let's go. Was bekomme ich? Bitte jetzt. Innocent. Innocent, Leute. Was hast du? Innocent. Wie immer. Das ist voll langweilig. Ich will immer Mörder sein. Ähm, Leute. Schwörst du, dass du Innocent bist? Ja, Leute. Ich bin Innocent. Gell, Leute? Ähm, kann sein, dass der Mörder neben mir ist? Leute, lass mal lieber abhauen. Joghurt. Leute. Ich bleib hier, Leute. Wenn der kommt. Oh mein Gott, Leute. Hab ich ihn gehört? Oh mein Gott, Leute. Lasst lieber Münzen sammeln und verschwinden. Bruh. Din 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 din. Leute. Ja. Nein. Leute. Ich hole schnell die Waffe. Wo ist der? Wo ist der? Guck mir. Kevin, guck mir zu. Kevin, guck mir zu, wo der ist. Sag mir, wo der ist. Ja. Sag mir, wo die Waffe ist. Da. Hier. Hier ist deine Leiche. Ah. Leute. Ich wurde grad umgebracht. Leute. Ich wurde grad umgebracht. Leute. Ich wurde grad umgebracht. Ja. Tod eben. Leute. Wir sehen uns dann in der nächsten Runde. und ich würde mal sagen. Boah, Leute. Boah, Leute. Leute. Okay, jetzt. Warte, es ist noch schneller das anweisen, Leute. Okay, Leute. Die Runde fängt an, Leute. Oh mein Gott. Innocent. Leute. Ich will auch mal Mörder sein. Ich dachte dasselbe. Leute. Ich bin so hart. Ich bin so hart. Kevam. Kevam. Wenn du der Mörder bist. Letztes Mal hast du auch diesen 31er gemacht. Digga, der Sheriff killt einfach Arme, die nix haben. Killt der. Leute. Der Sheriff ist behindert. Geh mal weg. Leute. Leute. Man sieht nur mein Eierkopf. Das passt schon. Man sieht nur mein Eierkopf, Leute. Man sieht nur mein Eierkopf. Hey Marcel. Ich bin in so ein Ding versteckt dich ein. Kevin. Wir haben gewonnen, Leute. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Erstmal auf Disrespecting. Erstmal bisschen Dancen. Wer war Mörder, Leute. Wer war Mörder? Oh, dieser. Leute. Wir sehen uns dann in der nächsten Runde, meine Freunde. Okay, Leute. Wir sehen uns dann in der nächsten Runde, meine Freunde. Die Runde beginnt. Leute, Leute. Was bin ich? Leute. Ich auch. Wir haben den Geschmack. Wir haben nur den Charaktionen. Ich bin jetzt der Innocent, glaube ich. Ich bin mit dem ihan Trinkopf, die ich bin und hab sie nicht mehr honey. Ich bin mit dem Schmack. Kollege, berührst du dich? Leute. Man sieht nur mein Eierkopf. Das passt schon, oder? Nee, man sieht gar nichts. Kevin, ich hab das beste Versteck der Welt. Roblox. und tot. Kevin, auf einmal kriegst du jetzt Karma. Leute, wenn Kevin, mein Freund, Karma bekommt, ähm, Leute, Leute, Kevin, bei mir war gerade der Mörder. Hatte der eine rote, äh, war das gleiche Oberteil wie ich? Okay, Leute, das fand ich der Mörder. Leute, ein bisschen Disrespekten darf nie fehlen. Und ja, wir nehmen das Dach. Oh! Und tot der Mörder. Okay, Leute, Leute, jetzt nur noch zwei Runden und dann nur noch zwei Runden. Genau, der war der Mörder und der wurde gekillt. Noch zwei Runden und dann beende ich diesen, beende ich dieses Video. Bis gleich, meine Freunde. Okay, Leute, wir sind jetzt ganz genau. Hä, wir sind eigentlich... Leute? Was bin ich? Es ladet beim... Es macht gerade... Hä? Warum bin ich nur noch Innocent, Leute? Ja, na klar, werde ich direkt gekillt. Na klar, werde ich direkt gekillt, Leute. Leute, wir sehen uns einfach in der nächsten Runde. Leute, guckt euch mal diesen Camper an. Leute, guckt euch mal diesen Camper an. Leute, wir sehen uns einfach in der nächsten Runde. Leute, Kevin wird gerade verfolgt von dem Mörder. Leute, GG, Kevin, GG. Leute, guckt mal. Alle hauen ab. Alle hauen ab. Die wissen auch nicht, was sie machen sollen. Leute, wir sehen uns einfach in der nächsten Runde, meine Freunde. Leute, es geht wieder weiter. Und was bin ich? Okay. Sorry, Leute, diese Musik darf ich leider nicht anlassen. Leute, warum, warum? Leute, ich bin nur noch Innocent. Das geht doch gar nicht. Ich hoffe, die letzte Runde bin ich kein Innocent. Der Mörder ist einfach bei uns, Kevin. Der Mörder ist einfach bei uns. Leute, der Mörder ist einfach bei uns und ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll. Es leckt bei mir so übel. Du bist vor meinen Augen gestorben. Kevin, du bist vor meinen Augen gestorben. Warte, ich gucke mit dem Schnee. Da ist die Waffe. Leute, oh mein Gott, da ist die Waffe. Leute, ich habe die Waffe. Nein. Ich wurde von hinten geholt. Let's go. Leute, Leute, es geht jetzt weiter. Und was bin ich? Leute, es leckt bei mir so übel. Boah. Leute, was bin ich? Leute. Leute, ich bin einfach Sheriff. hier, bleib hier, Warte, es leckt bei mir. Warte, ich kann nichts machen. Komm, guck. Kevin. Ja, Junge, bei mir leckt zwei, bleib, kommt zu mir. Brudi, ich habe dich gerade verheifelt. was geht, wie geht's? Leute, Leute, wie geht's? Kommt her lang, ich steche euch ab lang. Kommt her, ich bin keller, klar lang. Komm her lang, komm du her lang. Nein, Leute, nein, nein, kann doch jetzt nicht wahr sein. Leute, Mann, aber egal, egal, aber egal, ich war die letzte Runde auch Mörder. Lasst gerne Like, Like und ein Abo da und macht gerne die 40 Likes, äh, Abonnenten voll und gerne mal die 20 Likes und ich verlinke euch gerne, Kevin seinen Abo, äh, Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde und Peace!